Moin Leute, herzlich willkommen hier zurück auf dem Chaos-Kanal bei Svenni, ja Hof Bergmann. Hier mit dem Kartoffel-Grande der Malheur und äh... Was ist das hier eigentlich? Saatgut und Dünger, okay. Äh, ja hier, mit diesem Kartoffel-Drama, ne? So. Da eger ich mich aber gar nicht mehr mit rum und lieber Marc, ich zeig dir das jetzt nochmal, ne? Ich zeig dir das jetzt hier. Das kommt vom Saatguthof. Hier, Kartoffel-Dingspumps. Äh, Produktionen. Ach, hier steht das gar nicht drunter. Das steht hier drunter. Ja, Saatgut-Kartoffeln-Bauernhof-Mod. Siehste? Ist nämlich doch in diesem Saatguthof drinne, ja? Das ist so ein Saatgut-Kartoffeln-Bauernhof. Das ist hier dieses Gebäudepack. Ist das hierbei? Da, hier, da gehört das zu. Wahrscheinlich musst du auch erst diese... Hallen platzieren, damit dieses olle... Dings da funktioniert. Schwamm drüber. Wie gesagt, da ärgere ich mich nicht mehr mit rum. Bin hier ganz easy-peasy jetzt. Hör hier gar keinen Bock mehr drauf. Nee, nee, nee. Das lass mal. So, ich will mal gucken, ob wir Futter in den Stall kriegen, ne? Wenn wir nur so Riesen-Heuballen. Wird die wegkriegen. Ist ja hier schon Premium, ne? Wenn wir Zeit haben, können wir das ja mal so zwischendurch mal machen, ne? Oh, oh, oh. Hast du gesehen? Wie unelegant ich das gemacht habe. Wenn das noch nicht Premium war. Weiß ich ja auch nicht, ne? Jetzt stellen wir eben hier rein. Dann ist das nämlich erst mal vor den Füßen weg. Und das Ding brauchen wir gerade nicht mehr. Wir brauchen den Ballenspieß. Also, ich habe gar nicht nachgeguckt, ob Missionen drin sind, ne? Habe ich noch gar nicht. Müssen wir auch noch. So, halten wir eben an. Gucken wir mal nach Missionen. Wie weit ist das denn hier? Ja, dann verteil doch mal. Traum gereinigt. Ist auch noch voll. Traumseft, okay. Ja, ich glaube, da werden wir nicht weiter vorankommen, ne? Hat kein Bock. Läuft. Also, diese Map, weiß ich auch nicht. Bei mir springt da irgendwie nicht der Funke über hier auf Hofbergmann. Da bin ich ja ganz ehrlich. Entweder muss ich mir da noch ein, zwei Flächen zumachen oder so. Und so ist es ja auch was für den Hintern. Wenn du da nicht vorankommst und nichts und keine Chance hast. Oh, ist es nicht. Find ich nicht so krikul. E. Lager-Modus deaktivieren. E. Steigen wir wieder aus? Nicht so schick wie Fein, ne? Muss ich ja ganz ehrlich sagen. So, ähm. Wie wollen die haben? Eine Bolle brauche ich erst mal. Ich hab das doch... Alter, nein. Da geht hier schon wieder gut los, oder? E. Ah. E. E. Lager-Modus aktivieren. Ach, Z. Verlesen kann, ist klar ein Vorteil, ne? Ich sag ja, das geht schon wieder gut los. So. Lange Rede, gar kein Sinn. Ich brauch so eine Balle hier. Wollen wir mal Futter mischen. Das sind 6.000 Liter, ne? Unser Mischwagen ging, glaub ich, 12 rein, ne? Und, äh? Ja, 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 ja. Ich glaub wohl. Korrekt. Korrekt. So wollen wir nie... Weiß ich auch nicht. Wir können Raps verkaufen oder so. Aber immer alles direkt verkaufen ist auch nie so schick wie Fein, ne? Halt mal eben an. Da will ich ja gar nicht hin. Die Garage. Wie viel gehen denn in unserem Mischwagen? 12 Kubik. Hier, passt so genau. Hälfte, Hälfte. Wir brauchen eine Mische. Vor allem, wir brauchen auch ein Bild. Hier ist durchs Wasser gefahren, ne? Ich bin richtig schick hier vorne. Auf, wie zu frohen Toten. Lalalala. Oh, muss ja hier lang. Na Mädels, wie ist die Lage? Heißt es Tutti bei euch oder was? Ring, ding, ding. Ring, ding. Wollen wir noch ein Stück, Sveni? Warten wir an, Sveni? Oh, oh. Klassisch, elegant, trat vorbeigefahren, ne? Ne, wir brauchen die Lage. Haben wir jetzt Mischatio? Oder haben wir wieder nur Futter? Jetzt mal heute mir schon da nur Futter reingeknallt, ne? Das sieht schon wieder nur aus wie Futter. Das stimmt doch hier nicht. Siehst du das? Futter. Warum machst du hier nur nur Futter? Echt, das ist zum Mäusemöcken. Hälfte, Hälfte. Ist nun mal ein Mischration. Nur hier nicht. ist schon Kulmöchen, ne? Futter. Futter. Wuse. Kennt ihr Wuse? Muss man... Oh, ne. Die Schippe ist so ein Fendt. Warum wollt ihr denn hiermit? Wollen wir mal an hier? Das macht keinen Spaß. Deswegen hatten wir letztes Mal schon Futter reingeklatscht. Hälfte, Hälfte ist auf jeder Mischration. Nur hier nicht, oder was? Komisch, komisch. Kimisch, komisch. Komisch, komisch. Komisch, komisch. läuft da sitzt du noch gute Laune beibehalten oder? läuft hier richtig premium das Ding will ich doch hier für schaukeln haben wir diesen Aufschneidemack mit drin? hier aufschneiden, schneid mal auf die Schose nee, aufschneiden ja hm warte mal, wir haben da ja noch mehr Stroh liegen kann man die nicht mehr aufschneiden? nee, anscheinend nicht, super also, schmeißen wir erstmal ordentlich Futter raus schmeißen eine kleine Balle da mit Stroh rein und hoffen dann, dass sie mischt konntest du nicht sein was ist das für ein Gehopse? verstehe ich nicht muss ich nicht verstehen kriege ich schon wieder keinen Spaß in der Backen da, Mann da da 11.732 halt an Handbremse rein hübschneiden 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 ach nein na meine kleinen scheißer, wie ist die Lage? läuft bei euch? uff wie ist bei einem läuft sie du? ja ja die sind nur eingelogert, weh hallo ich würde gerne einsteigen ah z eh ja läuft bei euch, weh korrekt wo ich auch und wir müssen euch gleich noch misten, ne? das müssen wir auch noch immer noch Futter immer noch Futter kann mir das jetzt mal bitte einer erklären? normal wenn ich Silage und Heu nehme 50 50 habe ich Mischration nur hier auf Hof Bergmann, ne? läuft läuft, läuft muss da noch mit Stroh rein holen wir nochmal Stroh ich verstehe es nicht überall geht das nur hin überall geht das nur hin die nächste Mischration wir kaufen die Silage und das Heu ganz einfach in Geschichte der Kicherplack bei, ne? ach jetzt ist aha ok hier musst du sämtliche Futtermittel reinmachen gut zu wissen gut zu wissen gut zu wissen was ist voll oder wat? hier hier tun sich immer neue Gefilde auf jeder auf jeder Map reicht das einfach und wir müssen da Wasser hinformen ähm wenn du wie heißt es 50 50 machst hier musst du Stroh mit reinmachen gut zu wissen jetzt haben wir so viel Heu da drin ne? ja egal egal wir wollen Wasser vorn die Ziegen haben Durst also Mineralfutter brauchst du nicht reintun aber liebe Leute ich sag erstmal danke fürs zu gucken bis hierher auch wenn es eine Chorausfolge wäre und sich mir manche neue Gefilde auftun die ich nicht verstehe muss ich auch nicht immer verstehen, ne? wenn es euch gefallen hat würde ich mich echt über ein Däumchen freuen wenn es euch gefallen hat hier auf Choros Kanal und ihr wollt nichts mehr verpassen dann würde ich mich echt über ein Abo freuen und dann würde ich sagen sehen wir uns beim nächsten Mal wieder Tschüss!